Wenn wir nicht um, wenn du... Johanna! Hat er die ganze Fensterscheibe eingestragen? Johanna, was? Ich hab's genau gesehen! Dieses Morgen bist du zu weit gegangen und entschieden zu weit! Aber das wird Konsequenzen haben! Ernsthafte Konsequenzen! Ich werde einen Brief an deinen Eltern schreiben. Ein Pferd! Ich sehe... Du hast eine schwere Aufgabe vor dir! Ja, das weiß ich selber! Ich sehe ein großes Abenteuer! Wie im Mittelalter? Ich sehe ein starkes, tapferes Mädchen... ...auf einem Pferd! 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 Dies Leben wird kein Leben mehr mir adressen... ...bis ich vollendet, was mir geheißte! ...un Pferd! Beinemann! ...dunndunn... 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 ...dunndun... ...dunndunn... ...dunndun-ndunn... ...dunn... ...deunndunn... ...bis même moi! ...chabassel... ...paterie... ...la maman! Ich bin nicht mehr Johanna Holstberg, ich bin jetzt Johanna, die Kaffere.